Ich bin so weit. Hallo Nico. Hallo. Welche Farbe wärst du? Rot. Warum? Feuer und Leidenschaft. Ein unterschätztes Tier? Die Schlange. Warum? Weil sie graziös, mysteriös, aber auch gefährlich ist. Die Kuh macht? Mu. Welches Sternzeichen bist du? Schütze. Was fehlt der Welt? Einklang. Ein Wunsch frei. Was wünschst du dir? Respekt. Lesetipp? Ich lese kaum Bücher. Single? Definitiv. Sie machen Fotos, Taschen platzen, aber? Apertsche Bettel. Das kam doch von den Jungs. Loft oder Villa? Villa. Hast du vor, dich selbst zu tätowieren? Definitiv. Gesundheitstipp? Wenig schlafen. Massieren oder massiert werden? Massieren. Sonne oder Mond? Mond. Eine Weisheit zum Schluss? Sei treu zu dir selbst und höre auf dein eigenes Wort. Vielen Dank, Nico. Oh. Was haben wir denn? Noch ein paar Kilo schwerer werden? Nein. Doch. Dankeschön. Sehr gerne. Das war's schon? Das war's. Okay. Danke. 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 Danke.